Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jesus Navas, Sami Khedira haben wir hier. Dann in der Linksverteidigung Jordi Alba, dann Sergio Ramos, Boateng, Lahm und Second in Form, René Adler. Ja, das ist unser Team, mit dem wir antreten werden. Den Abonnenten habe ich mir schon rausgesucht. Ich werde ihn jetzt mal einladen. Spiel gegen Freund Online. So, mal sehen, ob wir, oder ob ich heute meinen Abonnenten schlagen kann. Es ist der XX, Lord Vega XX. Den lade ich jetzt mal schön zum Spiel ein. Und dann hoffen wir, dass er annimmt. Ich denke aber mal schon, denn viele wollen ja gegen mich spielen. So, und er hat angenommen, sehr schön. Seine Mannschaft heißt Adler Mania Nummer 2. Ich nehme hier mein gelbes Vitesse übrigens, also Vitesse-Trikot, Heimtrikot. Und was hat er denn? Oh, schönes Team. Di Natale, Ibabo in Form, Snyder, Boateng, De Rossi, Vidal, Nagatomo, Okpona, Chiellini, Abate und Machetti. Also ein sehr, sehr starkes Team, glaube ich. Ja, Di Natale bereitet mir ein paar Kopfschmerzen momentan. Aber jetzt mal sehen, das Match beginnt und hoffen wir, dass wir ihn besiegen können. David Vier jetzt am Ball, Soldado, der ist übrigens sehr gut. Und ich habe dem, weil ich ein paar Packs gezogen habe, habe ich ihm eine, alle Attribute plus 10 Karte gegeben. Nur deshalb hat er jetzt hier plus 10. Jesus Navas am Ball, Modric. Modric hat Platz, aber dann wird er wieder bedrängt. Sehr gut gemacht von Lord Vega. Und Jordi Alba hat sehr gut aufgepasst. Gut. Ja, das Team finde ich sehr stark. Ich habe jetzt da schon ein paar Matches online gemacht. Und wer mich sehr überrascht, ist Benzema. Denn ich hatte ihn schon ein paar Mal und in manchen Teams war er wirklich Müll. Aber hier in dem Team ist er irgendwie extrem stark. Warum auch immer. Genauso wie Soldado. Da bei Soldado wird gesagt, dass er angeblich der Balotelli aus der BBVA sein soll. Und das kann ich nur bestätigen. Oh, er versucht mit dem Longshot. Aber Sergio Ramos hat jetzt hier mal gut aufgepasst. So, da oben läuft Benzema. Den kriegt er, den kriegt er. Ah, verdammt. Jetzt wollte ich ein Roulette machen. Hat leider nicht geklappt. Modric. So, Ibabo. Komm schon. Holt ihr die Kugel. Was mache ich? Jordi Alba. Fast mit dem Fehler. Beziehungsweise mit dem Fehler. Verdammt. Freistoß. Er hat einen guten Schützen mit Snyder. Aber er lässt Dinatale schießen. Warum auch immer. Aber gut. Gut für uns. Ecke jetzt also für meinen Abonnenten. Für Lord Vega. Boah, das war gefährlich. Das war gefährlich. Gute Ecke auf jeden Fall. Jetzt hau die Kugel raus. Was ist los, Jesus? Wir sind hier ganz schön im Bedrängnis. Boah. Ja, Ecke. Nummer zwei. Für Lord Vega. Ich muss die Kugel jetzt hier raushauen. Komm nicht dazu. Boah, Adler. Gut gemacht. Gefällt mir nicht. Raus hier jetzt. Nein, 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 nein. Kriege ich jetzt die Kugel hier mal raus. Oh, gut. So, und jetzt mal hier ein bisschen was offensiv zeigen. Rezos Navas. Verdammt. Benzema. Jordi Alba. David Villa. Benzema, geh nach vorne, Mann. Und Khedira, geh bitte nach hinten. Was soll denn das jetzt hier? So, Lahm. Sehr gut gemacht. Jordi Alba. Ja, er verteidigt sehr aggressiv. Also, er kommt gleich hier. Sofort, wenn ich am Ball bin, mit jemandem angerannt. Das ist so scheiße für mich. Soldado. Boah. Da hat er mal ein bisschen Platz gehabt. Und hätte den Platz fast ausgenutzt. Der Schuss selber war irgendwie nicht so gut, muss ich sagen. Obwohl er eigentlich voll der geile Spieler ist. War jetzt nicht so ein guter Schuss. Soldado. Soldado. Aber Machetti war besser. Ecke jetzt für uns, die erste. Modric auf. Benzema. Ne, Soldado. Schade. Aber noch eine Ecke. Sehr schön. Benzema. Boah, Machetti. Ja, gutes Match bis jetzt. Geht hin und her. Ausgeglichen, wie ich finde. Soldado. Jetzt aber. Oh, Machetti. So, jetzt hat er hier mal Platz mit Ibarbo. Aber Philipp Lahm hat ihn jetzt mal ein bisschen gestört. So muss das sein. Ja, schlechter Pass. Sergio Ramos hat gut aufgepasst. Ich weiß nicht, wen ich da vorne gesehen haben will. Khedira, gut aufgepasst. Da wird wir. Und da hat sich jemand verletzt. Ich glaube, Benzema ist es. Ich weiß nicht, warum Khedira immer nach vorne läuft. Bleib mal hinten. Du hast gute Arbeitsraten, Junge. Und gut gemacht von Jesus Navas. Und jetzt macht er den Fehler hier. David Wier. Nicht schießen lassen. David Wier. Was für ein strammer Schuss. Benze, Benze, Benze. Boah. Ah, jetzt muss aber mal das Tor hierher. Boah, Tank steht hier ganz alleine, aber kriegt dann nicht so wirklich einen guten Kopfball hin. Schade. Und er kontert. Nee, aber David Wier hat gut aufgepasst. Philipp Lahm jetzt. Hedira. Schlechter Pass. Hedira gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Modric. Was macht er denn? Jetzt faulen sie sich gegenseitig. Sauber. Modric auf Benzema. Ah, Benzema ist nicht so der Kopfballstarke, Mann. Ja, 0-0 noch bis jetzt. Also, find das Match sehr schön. Macht sehr viel Spaß gerade. Soldado macht... Oh, lässt durch. Jetzt aber. Jawohl. 1-0. Soldado. Ich sag doch, der ist geil. Jawohl. 1-0 für mich. Jetzt bin ich gespannt, wie Lord Vega reagieren wird. Gut gemacht von Soldado. Machetti diesmal ohne Chance. Und jetzt steht es hier halt eben 1-0 mal. Er hätte aber auch schon auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt, weil er, ich glaube, in den ersten 10, 15 Minuten war er dauerhaft am Drücker da. Zwei, drei Ecken hintereinander gehabt. Und ja, hätte auch durchaus für mich schon 1-0, nee, für ihn schon 1-0 stehen können. Und jetzt steht es 1-1. Gut gemacht, aber die Natale ist einfach dann zu eiskalt vor dem Tor. Keine Chance für Adler, glaube ich. Muss man das nochmal anschauen. Aber auf jeden Fall... Ah, er drückt weg. Schade. Ich hätte das jetzt gern noch gesehen, ob das jetzt Adlers Schuld war. Aber im Prinzip war es ein sehr guter Spielzug. 1-1. Dann werden wir wohl mit einem 1-1 in die Halbzeit gehen, denke ich. Modric jetzt. Benzema lässt durch. Oh, Machetti. Gut gemacht aber von Benzema. Den Überraschungseffekt hat er auf seiner Seite jetzt gehabt. Da war unser Gegner richtig verwirrt gerade, glaube ich. Und 1-1 zur Halbzeit. Ein wunderschönes Match bis jetzt. Sehr schön. Mach richtig Fun. 43. Minute Soldado und in der 45. Minute dann die Natale. Ja. Schauen wir uns mal die Statistik an. Ich glaube, dass es in Ordnung geht. Ja, definitiv. Sieben Schüsse ich aufs Tor. Sechs er aufs Tor. Aber, ja, ich habe zwar mehr Ballbesitz. Aber auch wir haben die gleiche Anzahl von Ecken. Also das passt schon. 1-1 geht vollkommen in Ordnung, finde ich. Und jetzt werden wir mal sehen, wer hier das Match gewinnt. Jetzt kommt es in die entscheidende zweite Halbzeit. Gut, Verlängerung ist ja auch noch möglich. Ah, das hat er aber gut gesehen. Es wäre ein sehr schöner Pass gewesen, wenn der durchgekommen wäre. Modric. Weiß nicht, was er da jetzt macht. Jetzt wird es hier wieder ein bisschen hektisch. Vidal. Mich auch übrigens sehr, sehr stark finden. Ibabo gegen Philipp Lahm. Und Philipp Lahm gewinnt das Duell. So muss sein. Für mich ist es natürlich sehr geil. Und er gewinnt wieder das Duell. Philipp Lahm ist einfach geil. Nein, 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 nein. Adler, gut aufgepasst. David Villa. Oh. Genau dann läuft Kedira wieder rein in den Pass. Aber gut, jetzt hat er es wieder gut gemacht. Wenn sie mal. Fuck. Ich muss das Spiel wieder beruhigen. Ich hasse es, wenn es so hektisch ist. Ibabo jetzt wieder gegen Philipp Lahm. Das Duell der Giganten. Was ist denn jetzt hier los? Kedira. Oh, da hat er einen Longshot machen wollen. Jetzt auch wieder mit Ibabo. Jetzt kriege ich die Kugel wieder nicht raus. Jetzt aber. Und jetzt werde ich das Spiel beruhigen. Ich mag das gar nicht. Ja, es ist schwer. Mein Spiel aufzuziehen. Denn sein Spielstil ist halt, denke ich mal so. Also man merkt es schon. Wenn er den Ball verloren hat, versucht er so schnell wie möglich den Ball wieder zu gewinnen. Und das macht mir mein Spiel ein bisschen schwerer. Muss ich sagen. Weil mein Spielstil ist eigentlich Ballbesitz und schöne Pässe und so. Aber es geht momentan nicht. Jordi Alba jetzt. Hat viel Platz. Viel Platz. Bring die Flanke gut auf Soldado. Ja, da ist er ein bisschen zu klein gewesen. Und jetzt der Konter. Von unserem Gegner. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Sergio Ramos hier ins Leere gegrätscht. Ja, also es ist echt schwer, mein Spieler aufzuziehen. Wahnsinn. Er spielt gut. Besonders in der Verteidigung ist er sehr stark, finde ich. Ich bin es nicht gewohnt, dass meine Gegner hier mit voller Power auf meine Typen da laufen, um so schnell wie möglich den Ball wieder zu bekommen. Da muss ich mich jetzt aber anpassen. Weil das ist eigentlich mein Spielstil. Jesus Navas gegen Nagatomo. Nagatomo gewinnt leider. Die Natale ist jetzt sehr, sehr gefährlich da. Will nach innen ziehen und will schießen. Raus jetzt da. Raus, raus, raus. Gut. Jetzt mal hier das Spielfeld verlagern. Benzema. Macht es sehr schön. Und Modric. Oh, was für ein Pass. Was für ein Spielzug. Schade. Machetti hat da wieder hier die Hand da reingekriegt. Hey, Wahnsinn. Es war ein richtig schöner Angriff, finde ich. Jordi Alba gegen Boateng. Sauber. Sauber. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wer es war, aber es war gut. So, Soldado. Jesus Navas. Hau drauf. Ja, mit so einem Schuss kannst du Machetti natürlich nicht stoppen. Das ist klar. Das Match ist richtig geil, finde ich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Match wie ich. So, aber jetzt muss ich mal echt beruhigen hier. Ich hasse das so sehr. Ich wiederhole mich, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich hasse das, wenn es so hektisch wird. Boateng versucht es mal gegen Adler. Aber der Schuss war nicht gut genug, um den Adler da zu stoppen. Beziehungsweise zu schlagen. So, Jesus Navas. Kedira jetzt. Ramos. Überragend. Guter Verteidiger, Leute. Der ist so heftig, der Typ. Soldado, Soldado, Soldado. Machetti. Wahnsinn, was Machetti schon alles heute gehalten hat. Ja, jetzt bin ich gerade total verwirrt. Ich wechsle mal. Wahnsinn. Soldado hättest du hier machen müssen. Wen bringe ich denn? Ich bringe jetzt Chilini anstatt Kedira, weil als ZDM ist Chilini auch richtig heftig. Und, na, Pepe bräuchte ich nicht wechseln. Ibarbo habe ich auch, in Form Ibarbo. Ne, mit dem Sturm bin ich zufrieden. Nur mit Kedira irgendwie nicht. Er hat zwar gute Defensivaktionen gemacht, aber ist mir ein bisschen zu gefährlich, weil er heute irgendwie total offensiv spielt. Der hat eigentlich normalerweise gute Arbeitsraten, aber der ist jetzt bei diesem Match irgendwie sehr offensiv. Und da möchte ich mich riskieren, dass er dann mal fehlt. Verdammt, verdammt. Die Natale. Oh, Sergio Ramos. Blockt hier den Longshot. Das gibt's doch nicht. Ich komm nicht mehr an den Ball. Wenn ich ihn habe, dann verliere ich ihn so schnell wieder. Das muss ich abschalten. Ah, seht ihr? Schon wieder kommt er. Zum Glück versucht er es momentan mit Longshots, weil die gelingen ja nicht so oft wie jetzt irgendwelche Durchlaufereien oder so. Wieso kommt denn da jetzt keiner? Wo passt du hin, David? David, David, wo hast du da hingepasst? Sergio Ramos setzt sich schön durch gegen die Natale. Ja, und dann kommt so ein Fehler. Aber Lahm macht ein gutes Spiel. Ja, äh, 0 zu 0. Äh, Quatsch. 1 zu 1 in der bis zur 90. Minute. Jetzt geht's in die Verlängerung. Ich glaub's ja nicht. Soldado hätte hier alles entscheiden können. Naja, wir werden sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Macht auf jeden Fall unglaublich Spaß. Und jetzt ist Chiellini gekommen. Ist natürlich nicht so der Passgeber, aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr defensiv starker Mann. Und er passt ins ZDM genauso rein. Oh, schöner Pass. Jesus Navas jetzt. Jesus Navas. Mit links ist es nicht so gefährlich. Schade. Naja, mal sehen. Sauber, David Villa. Nochmal entscheidend gestört. Das war ganz wichtig. Den Angriff unterbunden. David Villa. Sehr gut gemacht. Und dann, ja, leider kommt der Pass da nicht an. Sonst wäre das ein guter Angriff gewesen, glaub ich. Hier läuft sich auch keiner grad frei. Was ist da los? Aber jetzt Benzema. Oh, Machetti. Oh, nochmal Machetti. Ich glaube, dass Machetti Man of the Match heute wird. Bin ja mal gespannt, wer es wird. Jesus Navas mit einem kleinen Longshot. Oder lacht sich Machetti ins Fäustchen. Soldado. Schlechter Schuss. Schlechter Schuss. Er blockt jetzt fast alles. Schlechte Flanke. Ah, gut gemacht. Boateng. Longshot. Und Adler lässt ihn abprallen. Sehr gut geschossen von Boateng. Jetzt kriegt er eine Ecke. Hoffentlich klappt es nicht. Ja, Glück gehabt. Die waren nicht schlecht. Aber auch Adler ist ein Top-Torhüter. Der den natürlich dann locker hält. Jetzt Benzema sieht David Villa. Und jetzt lauf, David. So schnell bist du nicht. Also, zeig, was du ein bisschen kannst. David Villa. Verdammt. Modric lässt durch. Oh. Was für eine gefährliche Aktion. Überraschungseffekt gelüxt. Schau dir das mal an. Jetzt ist das Match ja erst recht ausgeglichen. 13 Schüsse aufs Tor. Ich, 14 eher. Wahnsinn. Saugeiles Match. Dafür danke ich dir jetzt schon mal, Vega. So, Soldado. Geht jetzt mal. Ich bring jetzt mal Ibabo. Das ist übrigens der Inform-Ibabo. Und Ibabo ist wirklich richtig heftig in dem Spiel. Soldado hat kein schlechtes Match gemacht. Ich wechsle ihn jetzt aus taktischen Gründen aus. Er ist schon ziemlich kaputt. Und dann muss halt ein frischer Ibabo in Form auf den Platz kommen. Mal sehen, ob es was bringt. Jeder von uns hätte jetzt ein Tor verdient. Mal sehen. Es fühlt sich wie ein typisches Elfmeterschießen-Match an. Aber wir werden sehen, wie sie es entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinnen kann. Ibabo macht, ja, schlechten Pass. Beziehungsweise Modric schlechte Ballannahme. Boah, Chiellini, was für ein Einsatz. Sauberes Ding. Und nochmal, Chiellini hat hier ein bisschen was gerettet. Das seht ihr mal. Im ZDM ist er auch auf jeden Fall sehr stark. Gut, da kann man ihn zwar eigentlich nicht einsetzen wegen der Chemie, aber wenn man ihn nun nicht in-game einwechselt, dann hat er auch neuen Chemie. Okay, unser Gegner möchte jetzt auch mal wechseln. Mal sehen, wen er bringt. Wen könnte er denn bringen? Keine Ahnung. Das kennen ja seine Banken nicht. Muss ich aufpassen. Jordi Alba gegen Abate jetzt. Nein, 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 nein. Gut, Adler. Abseits, oder? Nee, doch nicht. Modric. Ah. Gut gemacht von Vega. Wahnsinn. Also im richtigen Moment gegrätscht. Und somit das, denke ich mal, sichere Tor verhindert. Sehr gut gemacht. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier nichts kassiere. Das wäre jetzt ärgerlich, weil ich habe so viele Torschonsnits gehabt, die sehr, sehr stark waren. Dann wäre es jetzt ärgerlich. Raus jetzt hier. Adler, was ist das? Hau raus, den Ball. Na, schlecht gemacht. Jordi Alba. Fehlpass. Aber macht den Fehler wieder gut. Da läuft Benzema. Macht das Ding jetzt. Oh, auf der Linie klärt er den Ball. Ich glaube, da hat er sich sogar extra auf die Linie gestellt. Super gemacht. Oh Mann, jetzt hätte ich es entscheiden können. Ein wahnsinnig gutes Match. So ein Match hatte ich schon lange nicht mehr. Und jetzt geht es ins Elfmeterschießen. Tatsächlich. Ibarbo wird jetzt hier mal in die Mitte ballern. Und ja, scheiße. Verdammt. Ja, das wusste er schon. Ich werde doch jetzt nicht verlieren, oder? Komm, jetzt Lahm. Oh nö. Adler. Kriegt den Ball da. Aufs Knie. Jetzt Chiellini. Ja, den macht er sicher. Gut geschossen. Komm, einen muss ich halten. Die Natale gegen Adler jetzt. Das gibt es doch nicht. Schon wieder tut er ihn so komisch ins Tor boxen. Benzema macht wieder Mitte. Oh ja, und diesmal klappt es. Sehr gut. Jetzt muss ich ihn halten. Ich bleibe jetzt stehen. Nein, der schießt da nach rechts. Verdammt. Ja, ist ein abgezockter Hund wahrscheinlich im Elfmeterschießen, der Weger. Modric oben rechts jetzt. Sehr gut. Komm, einen muss ich jetzt halten. Na, ich wusste. Oh, Mann. Man sieht es ja an der Haltung des Spielers. Kurz vorm Schuss. Und ja, ich habe es gesehen, dass er nach links guckt. Aber, naja. David Wier nach links. Unhaltbar geschossen anscheinend. Komisch ist der Machetti da gesprungen. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich gewinnen. Ich versuche nochmal alles. Yes. Adler hat gehalten. Jawohl. Jetzt ist wieder alles offen. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das Match, wie das Match ausgeht. Jesus und Abas wieder in die Mitte. Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße. Nein. Nein, jetzt gewinnt er vielleicht. Und Adler nochmal. Jawohl. Was für ein geiles Match, ey. Sogar im Elfmeterschießen bleibt es geil. Und jetzt wird es scheiße. Jetzt habe ich den roten Bereich getroffen, ja. Da kann ich nichts anderes machen. Ich muss gerade schießen, sonst verkackt er den komplett. Oh Mann, jetzt verkacke ich es, glaube ich. Mal sehen. Nein. Ich wusste, dass er nach links schießt. Ich habe es gesehen an seinem Fuß. Verdammt nochmal. Naja, gut. Glückwunsch zum Sieg, Vega. Es war ein sehr geiles Match. Und ich wusste auch, dass Machetti man auf dem Match wird. Der hat so viele gute Sachen rausgeholt bei dir. Aber das ist nicht der Grund, dass du gewonnen hast. Du hast sehr gut gespielt. Sehr gut verteidigt. Und ich gratuliere dir zum Sieg. Und ja. Scheiße. Ich hatte so oft die Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Aber gut. Ich hoffe auch du, Vega, hattest deinen Spaß an dem Match. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, ihr Zuschauer hattet Bock und Lust auf das Match. Und Spaß an dem Match vor allen Dingen. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir bitte eure Meinung zu diesem Team. Ich zeige es auch nochmal schnell. In etwas größerem Stil. Ich finde es hammergeil. Ich komme damit so gut zurecht. Und damit wird es dann in der nächsten Folge weitergehen. Ich denke mal, da werden wir dann entweder Liga zocken oder Pokal. Mal sehen, worauf ich Bock habe. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sage tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer Haxenbeier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.